Ein Galileo-Thermometer ist ein flüssigkeitsgefüllter Glaszylinder. Meist enthält er Öl. In ihm befinden sich mehrere Glaskörper mit unterschiedlich großer Dichte. Wegen der höheren Außentemperatur steigt auch die Temperatur der Flüssigkeit. Durch die Temperaturänderung ändert sich auch die Dichte der Flüssigkeit. Die Dichte von Flüssigkeiten ändert sich mit der Temperatur. Da bereits Galileo Galilei dieses Prinzip erkannte, nennt man diese Art von Thermometern Galileo-Thermometer. Steigt nun die Temperatur der Flüssigkeit, so dehnt sie sich aus. Dadurch verringert sich ihre Dichte und der Auftrieb der einzelnen Glaskörper nimmt ab. Durch die Erhöhung der Dichte sinken die Glaskörper mit der Anzeige 18 Grad Celsius, 20 Grad Celsius und so weiter ab. Solange bis der Glaskörper, der die aktuelle Temperatur anzeigt, schwebt. Er schwebt, da seine Dichte der Dichte der Flüssigkeit bei dieser Temperatur entspricht. Nimmt die Temperatur wieder ab, so zieht sich die Flüssigkeit wieder zusammen. Durch die größere Dichte der Flüssigkeit steigen die entsprechenden Glaskörper wieder auf. Umso höher die Temperatur der Flüssigkeit, umso geringer ist ihre Dichte. Umso kühler die Flüssigkeit ist, umso größer ist ihre Dichte. Schwebt kein Glaskörper, so ergibt sich die aktuelle Temperatur als Mittelwert zwischen dem untersten schwimmenden und dem obersten gesunkenen Glaskörper. Zappen Schwebt kein Glaskörper Untertitelung des ZDF, 2020